Hallo und herzlich willkommen ihr lieben Simspieler und Simspielerinnen. Mein Name ist Dani und ich starte heute dieses Video. Manche von euch kennen mich unter dem Synonym Mutti und da ich keinen eigenen aktiven YouTube-Kanal habe, ist die liebe Babsi so lieb und begleitet mich heute. Wir planen mit der weltbesten Sims 3 Community schon seit Sommer, genau seit dem 6.7. den diesjährigen Adventskalender. Diese Zeit haben wir allerdings auch gebraucht, denn wir haben viel überlegt, abgestimmt, Ideen gefunden und wieder verworfen, neue Traditionen ins Leben gerufen, alte wiederbelebt und sind uns Gott sei Dank schnell einig geworden, womit wir den Kalender, aber vor allem das heutige Türchen füllen möchten. So wie letztes Jahr mit dem letzten Türchen, mit dem 24. Türchen, das von der lieben Katha Akase Motality kam, haben wir auch dieses Jahr wieder eine Welt erstellt. Ich habe versucht, für euch ein Create-a-World-Tool zu zaubern und wurde dabei wieder von all meinen Adventskalendermädels plus Andi, Kate und Auri tatkräftig unterstützt. Euch danke ich dafür, denn eure Häuser und Grundstücke machen meine Welt zu etwas ganz Besonderem. Ein besonderer Dank geht dabei an die liebe Norden von Sims 2, die mich tatkräftig unterstützt hat und mir manche Funktionen des Create-a-World-Tools noch mal ein bisschen näher gebracht hat, damit es für euch wunderschön wird. Allerdings ergibt es dieses Jahr eine kleine Änderung, von der ich euch gerne vor dem offiziellen Türchen in dieser Ansprache erzielen möchte. Diese wird nachträglich in das Video geschnitten und ich hoffe, dass das alles funktioniert. Um die Verteilung von sogenannten Bad CC, also schlechtem oder kaputten Custom Content zu verhindern, möchten wir die Welt dieses Jahr ausschließlich im Package-Dateiformat zur Verfügung stellen. Dieses Dateiformat wird nicht über den Launcher installiert, sondern direkt ins Installationsverzeichnis des Spiels kopiert. Damit ihr damit keine Schwierigkeiten habt, schreibt die liebe Bubsy das bestimmt auch noch mal in die Infobox. Allerdings wäre der komplette Part The, Program Files x86, Origin Games, The Sims 3, Game Data, Shared, Non-Packaged Worlds. Wie gesagt, die Bubsy ist bestimmt so lieb und schreibt diesen Pfad in die Infobox, dass ihr euch das nicht noch mal anhören müsst, um den korrekten Pfad zu finden. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch noch mal ganz herzlich bedanken bei allen Teilnehmern des diesjährigen Adventskalenders für dieses tolle Projekt. Es hat mir wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich bin so froh, dass wir alle ein Teil der besten Community der Welt sind. Und um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, sage ich Film ab. Für Bubsy und für mich. Hallo und herzlich willkommen zum letzten Türchen unseres Adventskalenders. Ich bin heute nicht alleine, sondern mit der Dani, mit der Mutti hier. Hallo Dani. Ich gucke da gerade so ein bisschen herum, weil ich so wie im Fernsehen meine Gäste begrüßen möchte, aber das sehe ich ja nicht. Die Dani ist jetzt ganz viele Kilometer weit weg von mir und ich sehe nicht, wie ich bin. Ich glaube so 500 sind es. Ja, so ungefähr. Also ist schon ordentlich. Du wohnst quasi fast am Meer und ich fast in Österreich. Ganz übertrieben. Ganz übertrieben. Ich glaube, das Portal erscheint gerade. Auf jeden Fall habe ich einen wunderschönen Sound. Sehr schön. Ja, genau. Auf jeden Fall. Wo sind wir hier? Wir sind in einer neuen Welt. Ich habe ja ganz fleißig gebaut, um ganz von vorne anzufangen. Wir haben uns ja Mitte des Jahres schon Gedanken darüber gemacht, ob wir das als Tradition beibehalten wollen, eine Welt zu erstellen. Und wie du in der Facebook-Gruppe schon als kleines Sneak-Peak angekündigt hast, waren wir erst am Überlegen, ob wir ein bisschen Berge machen oder tatsächlich was Richtung Südseeinsel, um den tristen grauen Winter in Deutschland zu verlieren. Wir bleiben allerdings bei Trist und Grau. Das ist sonniges Wetter? Ja, eigentlich ist es gerade sonnig, aber es sieht gar nicht so aus. Wir haben uns dann doch dafür entschieden, also mehrheitlich, dass wir so ein bisschen in skandinavische wechseln. Dementsprechend heißt die Welt Kandikordia. Ja, ich weiß nicht, welchen Vorschlag das war, aber ich finde es total witzig, weil es einfach eine Mischung ist aus Skandinavien und Discord. Und wer unseren Adventskalender letztes Jahr schon verfolgt hat, weiß ja, dass wir Self-Sims alle Discordia mit Nachnamen heißen. Zum Teil, weil es einen netten Wiedererkennungswert hat und zum anderen, weil viele auch gar nicht ihre echten Namen sagen wollen. Ja, also ich meine, ich finde es gerade ein bisschen traurig, dass es so düster ist. Es wird immer dünkler, habe ich das Gefühl. Ja, das liegt jetzt aber auch an der Tageszeit, weil du hast die Pause nicht aktiviert und im Verlauf des Tages wird es manchmal leider auch dunkler. Wir haben uns gedacht, wir sagen euch aber ganz am Anfang erst mal ein paar Infos zu der Welt, damit ihr wisst, ob ihr die überhaupt so, wie ihr euer Spiel vorbereitet habt, installieren könnt und spielen könnt oder ob ihr noch irgendwas braucht. Also Dani, was sind denn so die Grundvoraussetzungen dafür, dass die Welt so aussieht, wie sie hier aussieht? Ja, also ganz wichtig, ist ein Basegame geeignet, hätte ich jetzt fast gesagt. Wir haben versucht mit wirklich möglichst wenig, Entschuldigung, Parks zu arbeiten. Accessoire-Parks kommen fast kaum drin vor. Dafür alle wichtigen Erweiterungen, wie zum Beispiel Studentenleben und Reiseabenteuer. Und einfach tierisch. Genau, und einfach tierisch brauchen wir auch, weil es gibt einen kleinen Bereich, der alle Pferdefreude für uns freuen wird. Genau, da gucken wir aber gleich auch noch hin. Und ja, ich glaube, das war jetzt so mal die Grundinformation. Nee, das mit den Lightning-Mods haben wir noch nicht gesagt. Wer Lightning-Mods nutzt, möge diese bitte für diese Welt beinstallieren, beziehungsweise aus dem Modsorten entfernen, denn diese Welt bringt ihr eigenes Wetter mit. Ich habe das Grundgerüst von Praven von Jeremy verwendet und war so frech und habe da gleich noch die Wetter- und Wasserdateien extrahiert, auch mit Hilfe von One, die mir da ganz breitwillig geholfen hat. Ja, also die Welt hat eigenes Wetter, eigenes Wasser und dementsprechend würden Lightning-Mods auch immer... wäre schade. Wir sind hier in Snowy Court. Nein, das sind wir nicht. Nein. Nochmal. Wir sind hier in Scandicordia und die ganze Stadt hat viele Ähnlichkeiten zu den Städten, die Mutti bisher auch so gebaut hat. Wir haben ein Stadtzentrum, das seht ihr bei ihr auch immer an der Textur, nein, wie sagt man da, Farbe, Terranfarbe. Ja, weiß ich auch nicht, aber man erkennt das eigentlich daran, dass ich versuche, diese Gemeinschaftsgrundstücke alle relativ gewalt aufeinander zu machen. Ja, aber du machst sie auch immer so irgendwie mit Pflastersteinen hinter. Nicht immer, oft ja, aber nicht immer. Okay, dann fast immer. Ja. Und wahrscheinlich, warte, lass mich mal gucken, bevor ich jetzt wirklich Blödsinn erzähle. Ja doch, hier, es gibt immer so komische Wimpelketten, die sind auch immer in der Nähe des Zentrums oder führen zum Zentrum hin. Ja. Demnach, ja, hier ist es tatsächlich immer der Eingang vom Zentrum, sehe ich gerade. Richtig. Aber egal, wir wollten nur sagen Zentrum. Ja. Dann gibt es eine Wohngegend für die Mittelschicht, die normalbürgerliche Mittelschicht würde ich das hier nennen, wo das Angelzentrum ist, wo auch eine Bar mittendrin steht, eine Kneipe quasi. Nee, Bar und Bistro. Mhm. Ähm, dann haben wir eine etwas höhere Mittelschicht, da sind doch fast alle Self-Sims von uns vertreten, wo wir uns scheinbar alle sehen. Dann gibt es ein, sagen wir mal, Villenviertel, da wohnt zum Beispiel die Dani drin. Es ist tatsächlich sogar eine Gated Community. Ah ja, stimmt, das war es. Genau, wenn du da mal so ein bisschen reinzoomst, da siehst du diese Polle auf der Straße. Also keine Sorge, ich habe das getestet, die Autos können da trotzdem durch. Aber das Blaue Häuschen zum Beispiel ist so eine Art Anmeldung, wo die Swimsters auf dem Parkplatz dahinter parken, müssten sich anmelden und dann erst werden die Poller heruntergefahren. Hier ist der Parkplatz. Genau, mit viel Fantasie natürlich. Letztendlich ist es einfach nur ein Gebäude, was da steht und Poller auf der Straße, wo aber Autos trotzdem drüber fahren. Und ja, passiert nichts. Aber ich finde die Idee ganz cool. Genau. Also das sind so die Reichen. Ja. Warte mal, was haben wir noch? Das ist das Upper Mittelklasse. Ah ja, genau, da oben haben wir das schon erwähnte Landwirtschaftseck mit Pferde. Also das ist ja dieses Ding, wo man Turniere reiten kann und so weiter. Mir fällt das deutsche Wort gerade nicht davon ein. Reizzentrum? Genau, das war da größere Häuser, Platz für, also da haben glaube ich sogar die Häuser so koppelartige Dinger, also das lädt jetzt ein bisschen. Ja. Also da haben wir Pferdespielzeug, da haben wir Pferdespielzeug, da haben wir Hindernisse und so weiter. Ja, du hast jetzt das Starterviertel vergessen. Ah ja, genau, es gibt auch noch die ganz armen Leute. Na, das würde ich so nicht sagen. Also da sind Häuser mit bei, die liegen schon bei 80k. Ja, aber es sind auch Starterhäuser mit dabei, es ist so ein bisschen, die wohnen gegen den kleineren Grundstücken. Wir haben hier 20 mal 30 und 20 mal 20 Grundstücke. Ach ja, genau, mit dem Gemeinschaftsraten. Genau, der nicht eingezäumt ist und wo die Rehe das ganze Gemüse wegfressen. Tja, damit muss man leben, ja. Wenn man schon den Community-Garten nutzen muss, dann muss man auch damit leben, dass sie dann auch die Tiere mitnutzen. Wer einen Reh erwischt, wir sind im Garten nascht, gerne screenshotten, in die Sims 3 Facebook-Gruppe kommen, posten und Quecksim Xenoris drunter markieren, der freut sich immer über Rehbilder. Genau, und Norn, weil die hat das gebaut. Ja, vieles davon, genau. Das ist so ein bisschen die Norn-Ecke. So, bevor wir euch jetzt aber ein paar Grundstücke zeigen, möchten wir euch unsere Self-Sim zeigen. Ganz kurz im Schnelldurchlauf, weil die überarbeitet wurden. Letztes Jahr habe die zum Großteil ich erstellt, die Dani hat auch ein paar erstellt, aber das waren halt nicht selbst erstellte Selbst-Sims. Selbst-Sims? So. Und dieses Jahr haben alle sich selbst erstellt. Und demnach sehen die auch wie komplett neue Leute aus und die zeigen wir euch jetzt einfach im Schnellverfahren. Also, der erste Haushalt in unserer Vorstellung, das sind der Tim und die Elena mit der Mia, ihrer Katze. Dann gibt es noch die Sammy, die Micky und den Kater. Das sind die Katzen von mir, also der Babsi und dem Andi. Und wir wohnen in einem Doppelhaus. Sehr hübsch. Dankeschön. Zu wem gehen wir jetzt? Oh, gegenüber von uns wohnt die nächste Familie. Hier haben wir jetzt die Familie von der Liebdesi. Die ist dieses Jahr neu mit dabei. Ich glaube, sie hat kein Aktivspüchchen gehabt. Wenn doch, schlag mich jetzt bitte. Ich glaube auch nicht. Das ist Desi mit ihrer Familie und dem Kater Tapsi. Und dieses Mal gibt es tatsächlich auch übernatürliche Sims, was ich persönlich jetzt nicht unbedingt für nötig gehalten hätte. Aber wir sind doch besonders. Aber wir sind so besonders, genau. Ja, einige seht ihr auf den ersten Blick. Wie die zwei hier. Andere nicht. Andere nicht. Da muss man sich überraschen lassen. Das ist jetzt der nächste Haushalt. Dieser Haushalt besteht aus der Bösenhexen Marion. Aus der Vanessa aka Pesta Gloom. Genau. Dann diesmal mit frisch rot getärbten Haaren. Me, myself and I. Und ein weiterer Neuzugang dieses Jahr. Der Auri. Aus der Sims 3 Gruppe bei Facebook kennt man ihn als Quecksen Fenoris. Ist hier das lustige Kärtchen auf dem Discord-Server. Dann haben wir die Fluse wieder mit dabei. Das ist ein schwarzer Hund. Dann haben wir zwei neue Katzen. Nämlich einmal haben wir von der lieben Babsi den Ratseputz adoptiert. Einfach damit die Haushaltsgröße unter 8 bleibt. Jeder, der den Panelportrait oder Porträtpanel. Wie heißt es denn jetzt? Porträtpanel. Darf den Ratseputz gerne wieder zu Babsi zurück teleportieren. Das ist jetzt nur einfach damit keine Probleme und keine Schwierigkeiten gibt. Und dieses kleine, süße, klauschige, weiße Fisch da unten. Das ist die liebe Norn. Wir haben ja freigestellt, die Mitglieder sich selbst erstellen. Wie viel sie dementsprechend von sich selber ja auch preisgeben. Und die liebe Norn bleibt dann ein bisschen undercover. Sie ist jetzt eine Katze. Genau, so wie auf ihrem Profilbild. Sowohl auf Facebook als auch auf Discord. Aber was mich irritiert ist, ihr Profilbild ist immer eine schwarze Katze. Und hier ist sie eine wunderschöne, flauschige, weißgraue Katze. Ja, aber sie sieht wirklich niedlich aus. Ja, das stimmt. Ja. Sie sieht sehr niedlich aus. Mal gucken, wie sie mit Ras klarkommt. Wir werden sehen. Dann wechseln wir mal zum nächsten Haushalt. Ich würde mal sagen zu Lunaria. Okay. Habe ich jetzt beschlossen. Ist okay. Also hier sind wir jetzt bei Lunaria und Kjeld und ihrem Traumhaus. Und den drei Kätzchen. Die Bouncy, die kennt man ein bisschen aus ihren Streams und Videos vom Zweitkanal zum Beispiel. Lucy und Muffin und ihrem wunderschönen großen Haus, was wir euch jetzt aber auch nicht zeigen werden. Nein. Sie haben etwas abseits gelegen und es lohnt sich, das Haus zu erkunden. Es ist echt sehr schön. Das hat sie selbst gebaut, glaube ich. Ja, hat sie. Doch, hat sie. Hat sie fein gemacht. So, ein Nachbarhaus weiter haben wir die gute Millicent Sims. Das ist eine der wenigen, die tatsächlich auch Sims mit Nachnamen heißt und nicht Discordia. Ich fand es ganz süß, das so zu lassen, weil wo auch ihr Kanal heißt, hier auf YouTube. Ich habe sie in ein Haus platziert, das sie selber gebaut hat. In ein Blutzhaus. Ähm, ja. Genau. Genau. Dann würde ich jetzt auch nochmal weitergehen, weil ein paar fehlen uns noch. Also hier sind wir, genau, in dieser Straße, die ein bisschen abseits ist. Ich gucke mal, wo die anderen noch so sind. Das ist unser letzter Haushalt, außer wir haben irgendjemanden vergessen an dieser Stelle schon mal, sorry, falls wir ihn vergessen haben. Aber das sind die Anna oder Anni, ganz links, die ist dieses Jahr auch neu dabei. Ja. Ich glaube, der letzte Neuzugang. Dann haben wir die Steffi, ein, das ist ein lustiger Haus. Ja. Die Steffi ist von Anfang an dabei, also Grace Play. Und ganz rechts die Caro, Caro Mell. Nein, Caro Bibings heißt die, glaube ich, auf YouTube. Ja, ich glaube. Ähm, die ist das zweite Mal dabei. Also wir haben jetzt wirklich drei, zwei, eins in einem Haushalt. Ja. Und, ähm, ja, auch eine ganz andere Wohngegend als bisher. Mhm. Die anderen Häuser hier in der Wohngegend sind noch frei. Also die könnt ihr noch als direkten Nachbarn euch aneignen für eigene Sims. Jawohl. Genau, und jetzt wollen wir euch ein paar ausgewählte Grundstücke zeigen. Natürlich sind alle super toll und das haben viele daran mitgebaut. Aber ich glaube, es gibt zwar ein paar Special-Dinger, die wir euch unbedingt zeigen wollen. Auf jeden Fall. Ich glaube, am Anfang fangen wir mal mit dem ganz, ganz besonderen Ding an. Ja. Was man nur, upsie, in dieser Nachbarschaft machen kann. Nein, das stimmt nicht. Man kann es in anderen Nachbarschaften auch machen. Das geht auch in anderen Nachbarschaften. Aber in Snowy Court ging das noch nicht. Nein. Ich such's mal. Hier. Ja. So, da. Erzähl mal, Dani, was du da gemacht hast. Weil das hast du gebaut. Genau, das sieht jetzt erstmal ziemlich nichtssagend aus. Wenn man so ein bisschen in die rechte hintere Ecke schaut, dann könnte man es vielleicht schon erraten. Ich habe mir ein bisschen Inspiration von der lieben Kappa geholt. Die hat ja in Strangetown, also Merkwürdighausen, für Sims 3 spielbar erstellt. Und hat da natürlich auch eine Universität platziert. Ich habe mir gedacht, das passt hier auch ganz gut rein. Es sind ja mit Sicherheit einige Sims da, die auch einen etwas höheren Abschluss erreichen wollen. Und habe mir dementsprechend gedacht, es wäre ganz nett, wenn wir auch eine kleine Universität hätten. Tada. Genau. Und ich würde sagen, an diesem Beispiel können wir auch gleich erklären, wie das Ganze funktioniert. Genau. Es gibt nämlich unsichtbare Rabbit Hole Rugs. Wo sind die denn hier? Genau, also drei siehst du hier vorne jetzt schon. Ich gehe mal davon aus, dass du deine Mods deaktiviert hast, liegen da jetzt tatsächlich einfach Teppiche. Ach so, ja gut. Mein Spiel ist aktuell nicht so ganz spielbar. Deswegen habe ich alle Mods rausgeschmissen und dann auch die Teppiche. Stimmt. Wir haben es ja so wie bei Snowy Court gemacht. Einfach damit das Stadtbild passend aussieht, haben wir keine Rabbit Hole Gebäude benutzt, die vom Spiel vorgefertigt waren. Sondern haben eigene gebaut, die über diese Teppiche zugänglich sind, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also viel von den Häusern ist tatsächlich einfach nur Deko und nicht betretbar. Hier ist das ein bisschen anders. Man kann die Räume tatsächlich betreten und es gibt auch allerhand zu sehen. Allerdings funktionieren diese Teppiche dann eben als diese Rabbit Hole Gebäude, wo die Sims reingehen und einfach verschwinden. Genau. Ich schaue jetzt auch nur absichtlich so ein bisschen von der Ferne drauf, weil das Genaue könnt ihr ja selber erkunden. Aber ihr seht, die sind eingerechnet, die sind auch nicht ausgegraut oder irgendwas, da könnt ihr wirklich reingehen. Und in eurem Spiel sieht man die Teppiche dann auch nicht. Ihr könnt das am besten dann über die Stadt betreten. Das funktioniert bei mir jetzt, wobei das funktioniert sogar. Also ich sehe schon, dass es die Universität sein soll, aber ich kann natürlich die einzelnen Gebäude und so weiter nicht anwählen. Aber das ist halt jetzt so. Das ist hier im Stadtkern übrigens auch so bei mir. Bei euch sind das jetzt dann alles die richtigen Rabbit Hose. Das ist mir vorher leider nicht aufgefallen. Ja, ist aber nicht schlimm, weil die, die Snowy Court kennen, wissen ja schon, wie das mit den Teppichen funktioniert. Und für den Fall, dass Fragen sind, ist ja auch mindestens einer von uns immer irgendwie im Discord anwesend. Oder man kann uns da anschreiben. Da müssten dann eigentlich auf der Kartenansicht, also wenn man M drückt, auch noch diese roten Buttons auftauchen. So was wie hier zum Beispiel. Genau. Wie das da der Fall ist. Und darüber kann man sich ganz normal in der Universität einschreiben und die Kurse besuchen. Leider gibt es, genau wie bei Katra, keine Kommunitonen. Aber es werden garantiert immer mal wieder Sims da rumlaufen. Und dann tut man halt so als ob. Genau. Gut, ich habe mir jetzt gedacht, ich würde gerne noch das Basiscamp mir anschauen, weil das was ganz Besonderes ist. Natürlich auch da, die, wenn da irgendwelche Rugs oder so wären, würde man die nicht sehen. Aber ich glaube, hier gibt es ja keine. Nein, hier gibt es tatsächlich keine Rugs. Was es allerdings gibt, ist die Abendfeuertafel. Ich weiß nicht, ob es... Und hier. Genau. Das heißt, wenn man Inhaber des M-Rast-Traveller-Mods ist, könnte man diese Welt auch nutzen, um Urlaub zu machen. Würde dann, also wenn man es ja sehen, wenn man in Welten spielt. Kann man auch in dieser Welt Urlaub machen und würde dann standardmäßig hier im Basecamp auftauchen. Genau. Das ist hier das Basecamp, da kann man dann eben auch wohnen. Und ich finde das echt wieder mal total süß geworden. Danke. Hast halt super reine. Also vor allem, weil das Ganze halt wirklich mit so Mobile Homes bestückt ist, wie man es halt irgendwie von, gerade von so nordischen Ländern, sehr, sehr viel kennt. Dann hast du ein Haus, ein Grundstück, was du uns gerne noch zeigen würdest, weil es was ganz Besonderes ist. Gut, es sind alle ganz Besonderes. Das ist jetzt echt schwierig, weil ich mag ja jetzt auch nicht sagen, oh, der und der und der hat ein total tolles Haus gebaut. Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Ich finde tatsächlich alle richtig cool geworden. Ich möchte aber, weil es letztes Jahr schon was Besonderes war, gerne nochmal auf den Schrottplatz zu sprechen kommen. Den hat dieses Jahr wieder die Marion gebaut und letztes Jahr in Snowy Court, na, weiter rechts. Weiter rechts. Rechts, 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 rechts. Da bei dem Haus, bei der Mühle, ganz unten im Bildrand. Neben deinem Kopf. Neben meinem Kopf. Ja, letztes Jahr hat ja Marion, glaube ich, den Schrottplatz schon in so einem kleinen Schlösschen versteckt. Ja, stimmt. Und dieses Jahr gibt es den in einer alten Lagerhalle. Und ich finde es mega geworden, gerade weil sie einen tollen Platz dafür ausgesucht hat mit dieser Ruine da rechts daneben. Finde ich einfach total passend und es ist total cool geworden. Also ich feiere das Ding. Wir gehen mal hin. Ich habe leider meine Mods nicht aktiv, deswegen müssen wir das so versuchen. Ist nicht schlimm. So. Ich glaube, wir springen da jetzt einfach mal rein, weil es geht so langsam gerade. Trudum, 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 trudum. So, wir sind drin. Ja. Raus zoom. Nein, wir zoom nicht ganz raus. Also drinnen, ganz viel Schrott. Gibt es alles, was das Schrotti-Herz begehrt. Von der Zeitmaschine, über Schrotthaufen, kaputte Autos, ganz viel Schrotteile zum Einsammeln. Eine Tonheit hat dort ein Büro. Ein Dinosaurier. Ein Dinosaurier. Ein Dinosaurier. Ein Krokodil. Oh, Moment. Hier war aber ein Dinosaurier. Da ist der Dinosaurier. Achso. Nein, das ist ein Pferd. Echt? Ja. Okay, stimmt. Das ist, ich dachte, das ist ein T-Rex. Nein, das ist ein Pferd. Okay. Ist aber nicht schlimm. Von mir aus ist es ein Dinosaurier. Ja, okay, da hinten. Ja, das ist ein Pferd. Ja, gut. Ja, ein Pferd. Genau. Da sind auch noch Toiletten und Büros. Ein Bett für Obdachlose haben wir für den Fall der Fälle auch noch, falls sie mal warm schlafen wollten. Passt sie hier optisch ganz gut rein. Da sind noch Toiletten und ein Büro, falls du gucken möchtest. Jetzt? Ja, natürlich. Okay, Moment. Das ist eng. Ja, eine kleine Toilette. Gut. Ja. Also es gibt ja dieses Phänomen, das auf den meisten Grundstücken, ich weiß gar nicht, wie das kam und wie sich das entwickelt hat, aber auf den meisten Grundstücken gibt es tatsächlich eine Techtel-Mächel-Möglichkeit. Und es gibt Spieler, denen ist das wichtig. Tja, hier jetzt auch wieder. Ich möchte ja niemandem was unterstellen. Nein, möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Nee, aber wir wollen nur alle Möglichkeiten irgendwie zur Verfügung stellen, würde ich mal sagen. Was ich ganz cool finde, ist, was Marion dran gedacht hat. Genau, da gibt es nochmal einen Außenbalkon für die Raucher oder so. Was ich ganz cool finde, ist, dass Marion direkt diese Werkbänke mit in dieser Halle platziert hat. Das heißt, falls Sims aus Platzgründen zum Beispiel keine eigene Werkbank zu Hause stehen haben, dürfen die selbstverständlich auch auf dem Stadtplatzwerk gehen. Dürfen sie, ja. Das erlauben wir. Ja, das erlauben wir. Natürlich. So, was wollen wir noch zeigen? Ein Haus, würde ich sagen, können wir noch herzeigen, wobei wir haben was vergessen. Also vielleicht sollte ich nochmal dazu sagen. Ja. Wir haben das Video schon mal aufgenommen, nur kam es dann zu ein paar Problemen und es hat nicht so ganz alles funktioniert und jetzt nehmen wir es nochmal auf und wir haben nämlich vergessen zu sagen, wie die Stadt aufgebaut ist und ich glaube, das schneide ich jetzt einfach nach vorne. Also an dieser Stelle schneiden wir jetzt bitte was nach vorne. Wir haben nämlich nicht gesagt, was es hier so gibt. Nein, überhaupt nicht. Also, wir haben Fragen gefahren. Ne, also dann ganz kurz. Ich glaube, wir haben euch jetzt relativ viel gezeigt. Es gibt natürlich alles, was ihr braucht. Es gibt verschiedenste Flecken und wie die Dani auch schon erwähnt hat, freuen wir uns. Also, über Bilder, über Geschichten, die hier spielen. Total. Also, sei es jetzt auf Tumblr, ihr könnt auch auf YouTube einen Ausflug hierhin machen. Ja, wie gesagt, die Welt ist ja frei verfügbar und wir würden uns nur freuen, wenn ihr uns da irgendwie wissen lasst, dass ihr was tut. Weil wir neugierig sind, was mit den Selbstsims so passiert, was mit der Stadt so passiert, was ihr daran ändert und so weiter. Und das würde uns wirklich freuen, wenn wir das sehen. Wie sind wir wieder bei Big Sim, wie bei Big Sim Brother wetten ab, wie lange Marion überlebt? Oh, das können wir noch machen. Also, für alle, die es nicht mitbekommen haben, Marion ist letztes Jahr, als ihr Selbstsims zum ersten Mal in Erscheinung trat, bei jedem Spiel stand, egal wer geöffnet hat, so nach vier, fünf Tagen gestorben und auch bei uns bei Big Sim Brother ist sie nicht rausgevotet worden, also gedreht worden, sondern einfach gestorben. Und ja, die Wetten laufen, wie lang diese Marion hier jetzt leben wird. Und die Marion, die hat uns alle schon ganz hinterlistig und nein, das ist das falsche Wort. Wie sagt man da so, so dieses Hihihihihihi? Wie sagt man denn da? Kein Stückes Lacken? Ja, also sie hat auf jeden Fall irgendwas geplant. Ja, das ist richtig. Und demnach, Wetten sind gerne gesehen, kenne in die Kommentare runter. Ja, letztes Jahr war es so durchschnittlich vier Tage, dass sie überlebt hat. Mal gucken, was jetzt ist. Es hat sich ja einiges geändert. Es hat sich ja ein bisschen geändert. Genau. Ich gucke gerade nochmal so, aber ich glaube, wir zeigen euch nichts mehr. Wir wünschen euch auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen 24. Dezember oder welchen Tag auch immer ihr gerade habt. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit, eine besinnliche Weihnachtszeit, viel Entspannung und Ruhe und genießt jetzt möglicherweise die freien Tage mit Scandicordia. Gott, ich muss mich an diesen Namen erst gewöhnen. Das schafft. Ich will immer Snowy Court sein. Wir hätten doch Auris Snowy Court 2.0 nehmen sollen. Nein, das war Andis Vorschlag, oder? Das ist nicht mehr. Ich muss es mal gucken. Andi oder Auri hatten den Vorschlag, einfach Snowy Court 2.0 hinzuschreiben. Einer aus dem A-Team. Ja, genau. Ich sage es dir, das wäre vielleicht doch nicht so blöd gewesen. Oh Gott, was habe ich da gedrückt? M. Nee, Taktas, da hast du gedrückt. Das ist die Welt in der Flucht. Boah. Sehr hübsch. Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Malz raus. Ja gut, wolltest du auch noch Tschüss sagen, bevor ich das gecrasht habe? Bevor du das gecrasht hast? Ja, ich wollte eigentlich allen, die es heute am 24.12. gucken, sagen, lass das sein. Feiert Weihnachten. Guckt mich, YouTube. Achso, ich dachte mir gerade, hä, wieso? Nein. Guckt mich, YouTube feiert Weihnachten. Genießt die Zeit. Frohe Weihnachten. Und falls man sich nicht mehr hört, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Natürlich hört man sich noch. Ja, natürlich. Also wir ja auf jeden Fall. Aber die, die so gucken hier, so meine ich. Ja, stimmt. Ja. Kommt alle auf Discord vorbei, dann sehen wir es früher. Ja, kommt alle auf Discord. Und alle in die Facebook-Gruppe. Und hinterlasst allen aktiven YouTubern, die mitgewegt haben, ein Oh und einen Daumen nach oben. Stimmt. Jetzt ist aber genug Geschleime und Nerven und reicht. Dann tschüss. Tschüss. Du hast gedrückt? Hallo, meine Lieben. Was? Entschuldigung. Das wird eine Blupers-Folge. Herzlich willkommen bei den Blupers. Das ist das, was die Elena immer so kritisiert hat. Hey, du fängst einfach an. Ja, warum fängst du einfach an? Ich wollte gerade sagen, wie du hast gedrückt. Was hast du gedrückt? Nein, meine Brille hat gedrückt. Achso. Ich habe auch gerade überlegt. Dann halte ich jetzt meine Schnauze und du fängst einfach an. Wobei, scheißegal ist. Du bist eine andere Tonspur. Ich kann dich einfach wegschneiden. Ja, zu spät. Ja. picking und